Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen DeFi Alpha Video hier auf meinem Kanal. Und diese Woche konnte der GMX Token eine richtig schöne, dicke, fette, grüne Kerze printen. Und ich habe mich mal gefragt, lohnt sich jetzt, gerade jetzt, der Einstieg in GMX überhaupt noch? Also GMX, das war ja in den letzten Monaten sowas wie der grüne Hoffnungsschimmer in all dem Rot des Bärenmarkts. GMX konnte immerhin einiges an Kursgewinnen, verzeichnen ganz im Gegensatz zu ganz vielen anderen Projekten, die im Bärenmarkt eigentlich nur noch abwärts gingen. Und die Frage ist jetzt, kann man da überhaupt noch investieren nach all den Kursgewinnen? Und in diesem Video möchte ich darüber sprechen, warum ich glaube, dass GMX als Investment tatsächlich noch lohnt und warum GMX sein volles Potenzial noch gar nicht richtig ausgeschöpft hat. Ich habe diese Woche GMX einfach mal gekauft, ich habe GMX ausprobiert, ich habe GMX gestaked und ich habe GMX richtig schön auseinandergenommen. Und jetzt ist es so, ist GMX wirklich der neue Stern am Defi-Himmel? Und wenn ja, was macht GMX eigentlich besser als die Konkurrenz? Und das schauen wir uns jetzt mal an. Also was ist eigentlich GMX und was kann man mit GMX eigentlich machen? Bei GMX kann man sogenannte Perpetuals nutzen. Und Perpetuals oder Perps genannt, auch das sind Optionen ohne Fälligkeitsdatum. Also nur damit ihr es mal gehört habt, Perpetuals ermöglichen es einem ganz einfach auf steigende oder fallende Kurse eines Assets zu setzen. Und dabei kann man dann so lange, wie man möchte, in der eigenen Position bleiben. Man kann also theoretisch seine eigene Position so lange laufen lassen, bis das gewünschte Ergebnis herauskommt. Und wenn ich also zum Beispiel auf steigende Ether-Kurse setze und der Ether fällt dann dummerweise, dann brauche ich nur zu warten, bis der Ether wieder steigt und ich im Plus bin. Dabei kann ich dann sogar einen Hebel von bis zu 30 verwenden, sodass ich mit nur sehr, sehr wenig Kapitaleinsatz sogar große Gewinne erzielen kann. Und das ist zumindest die theoretische Idee dahinter. Ich habe hier zum Beispiel mal eine Long-Position mit einem Hebel von 2 eingerichtet. Als Sicherheit hinterlege ich hier 1338 USDC. Das entspricht ungefähr dem Wert eines Ether zurzeit. Das ist der aktuelle Ether-Kurs, jetzt während ich das hier aufnehme. Das heißt, ich könnte mir jetzt theoretisch auch für 1338 USDC einfach einen Ether kaufen. Statt das mache ich aber nicht. Stattdessen leihe ich mir hier bei GMX 2 Ether aus. Und das kann ich machen, weil ich ja einen Hebel von 2 hier eingesetzt habe. Das heißt, zweifache Hebel, ich kann 2 Ether leihen, anstatt einfach nur einen zu kaufen. So, wenn der Ether jetzt 10% steigt, dann mache ich hier 20% Gewinn, statt nur 10%, weil ich ja mit 2 Ether hier handele. Ich muss also leider natürlich die 2 Ether am Ende wieder zurückgeben. Die sind ja nur geliehen, aber den Gewinn, den kann ich behalten. Ich mache also bei einem Hebel von 2 den doppelten Gewinn. Bei einem Hebel von 10 würde ich also 10 mal mehr Gewinn machen. Und bei einem Hebel von 30, und das ist hier das Maximum, was hier wirklich bei GMX geht, da würde ich dann tatsächlich sogar das 30-fache des Gewinns machen, wenn der Ether um 10% steigt. So, was passiert aber, wenn der Ether jetzt um 10% fällt? Dann mache ich natürlich logischerweise auch 20% Verlust, statt nur 10%, weil es ist ja alles verdoppelt. Ich habe einen zweifachen Hebel, ich handele ja mit 2 Ether. So, und der Verlust, der wird dann einfach von meiner Sicherheit abgezogen. Das heißt, von den 1338 USDC bleiben nur noch so um die 1070 USDC übrig. Aber ich muss ja meine Position nicht auflösen, Perpetuals haben ja kein Fälligkeitsdatum. Ich kann also einfach jetzt warten, bis der Ether wieder steigt. Was ist aber, wenn der Ether jetzt tatsächlich immer weiter fällt? Und dann ist bei 50% Schluss, weil dann nämlich meine ganze Sicherheit weg ist. Warum ist das so? Weil ich mache zweimal 50% Verlust, ich habe ja einen Hebel von 2. Und das heißt, es ergibt insgesamt eben 100% Verlust, meine ganze Sicherheit ist weg. Und bei einem Hebel von 30 reichen also nur ganz wenige Prozentpunkte in die falsche Richtung, dafür, dass ich meine gesamte Sicherheit verliere. Und meine Position wird dann also automatisch aufgelöst, mein Geld ist weg. Und die ganze Sache ist natürlich super, super riskant. Und es stimmt natürlich, es ist ein ziemlich tolles Zockerprodukt. Man kann hier mit ziemlich geringem Einsatz sehr, sehr hohe Gewinne erzielen. Aber auf der anderen Seite lässt sich natürlich ein solches Produkt auch seriös einsetzen. Denn der Vorteil eines solchen Produktes, der Vorgehensweisen mit dem Hebel, das ist einfach diese sehr, sehr hohe Kapitaleffizienz. Weil ich kann hier mit relativ wenig Kapitaleinsatz sehr stark von Kursschwankungen profitieren. Und mit dem Rest meines Kapitals kann ich dann einfach irgendwas anderes machen. Dieses Business ist natürlich sehr, sehr lukrativ für den Betreiber. Aber Gmx verdient hier immerhin an den ganzen Liquidierungen der armen Pechvögel, die quasi hier falsche Wetten platzieren. Und es gibt Untersuchungen, die besagen, dass immerhin 90% aller Hebel-Trader schon nach einem Jahr ihr gesamtes Kapital verloren haben. Zusätzlich verdient Gmx hier an den laufenden Positionen. Denn eine Position kostet 0,0029% pro Stunde. Das schwankt natürlich, je nachdem, welches Asset man entnimmt und welches Asset man als Sicherheit einlegt. Aber wenn man diese Zahl mal ausmultipliziert, dann kommt man so auf um die 20% Zinsen pro Jahr, die eine Position hier also kostet. Und die letztendlich auch in die Taschen von Gmx fließen. Und Gmx ist deshalb tatsächlich so beliebt, weil es nämlich 100% dieser Einnahmen ausschüttet an die Gmx Staker. Wie kann man jetzt hier mitmachen bei Gmx? Und in diesem Video geht es tatsächlich nur um die Investorenperspektive. Es geht jetzt nicht darum, wie man hier Hebel-Trading machen kann. Und für Investoren gibt es hier diesen Liquidity Pool, den sogenannten GLP. In dem kann man sich einkaufen, indem man seine eigenen Assets zur Verfügung stellt. Und diese Assets können sich dann die Trader, die hier Hebel-Trading machen wollen, quasi ausleihen, um ihre Positionen zu eröffnen. Und in diesem GLP werden also auf der einen Seite die Assets der Gmx Staker eingezahlt. Man kann hier folgende Assets einzahlen. Das ist hier die Liste mit diesen ganzen Assets. Und zusätzlich werden eingezahlt, wird natürlich eingezahlt die Sicherheit der Trader. Also wann immer eine Position aufgemacht wird, muss man ja eine Sicherheit hinterlegen. Auch die kommt rein in den GLP. Ausgezahlt aus dem GLP wird regelmäßig der Gewinn der Trader. Wann immer ein Trader Gewinn macht, dann kommt natürlich dieser Gewinn auch aus dem GLP. Und das heißt, wenn der GLP Plus macht, und das ist sehr, sehr wahrscheinlich, haben wir ja eben gehört, dann steigt der Wert der GLP-Anteile, weil sich ja immer mehr Assets in diesem GLP ansammeln. Und zusätzlich dazu schließen noch 70% der Leihgebühren ebenfalls an die GLP-Einzahler, also an diejenigen, die quasi in diesen GLP eingestiegen sind und sich da reingekauft haben. Gmx wurde jetzt gerade ganz frisch vor ein paar Tagen am 05.10. auf Binance und auf FTX gleichzeitig gelistet. Und so ein Listing erhöht in der Regel natürlich die Nachfrage bei Binance und FTX. Sie platzieren das Asset dann sehr prominent auf ihrer Webseite, machen Anzeigen und stellen das Asset irgendwo vor. Das steigt, steigert natürlich das Interesse. Dadurch steigt die Nachfrage. Preis steigt, logisch. Und später dampen dann meistens die frühen Hodler, nicht alle, aber einige, ihre Coins. Und warum ist das so? Das liegt einfach daran. Man muss sich das mal vorstellen. Also man muss sich da einfach mal reinversetzen. Man hat jetzt, sagen wir mal, einen Betrag 1000 Dollar oder so in Gmx investiert. Wegen des Stakings. Man erwartet jetzt vielleicht 20% Rendite pro Jahr. Und dann sieht man auf einmal, dass der Token 40% gestiegen ist über Nacht. Das heißt, man hat also quasi den gesamten Gewinn, den man sich erwartet hat, für zwei Jahre schon in einem, in wenigen Wochen reingeholt. Und warum sollte man dann eigentlich noch in dem Asset bleiben? Dann würde man ja auf jeden Fall mit gesundem Menschenverstand zumindest den Teil, den man Plus gemacht hat, erst mal verkaufen oder die Ursprungsinvestition rausnehmen. Das führt dann natürlich zu einem erhöhten Preisverkaufsdruck. Und dadurch geht der Token erst mal runter. Also wenn man davon jetzt also kurzfristig profitieren möchte, was muss man sich dann fragen? Logisch, man muss sich fragen, wo ist Gmx jetzt noch nicht gelistet? Fehlen irgendwelche großen Exchanges, wo es Gmx noch nicht gibt? Und das kann man zum Beispiel einfach nachgucken bei CoinGecko. Bei CoinGecko unter Markets findet man irgendwo die Liste. Und da sieht man also, dass hier zum Beispiel Coinbase noch fehlt. Möglicherweise, wenn Gmx also auf Coinbase gelistet wird, dann gibt es womöglich wieder so einen Spike im Chart, von dem man dann profitieren kann. Das ist so die eine Variante, wie man von Gmx jetzt kurzfristig profitieren kann. Darum geht es mir aber eigentlich gar nicht richtig in diesem Video. Für mich ist jetzt in diesem Video aber wichtiger, mal nachzuschauen, was macht Gmx eigentlich so spannend für langfristige Investoren, gerade in den letzten Monaten oder in den letzten Wochen. Und da ist, es gibt mehrere Gründe, aber einer der wichtigsten Gründe ist sicherlich die Dezentralität von Gmx. Man kann Hebeltrading tatsächlich auch auf anderen Plattformen machen, also vor allem, wenn es jetzt um Kryptowährungen geht, wären da Binance und FTX zu nennen. Aber das sind ja nun Unternehmen und Unternehmen sind bestimmten regulatorischen Beschränkungen unterlegen. Sie müssen zum Beispiel KYC machen, also das heißt, sie müssen ihre Nutzer identifizieren. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass Binance und FTX ihre Hebeltrading-Produkte nicht in allen Ländern anbieten dürfen, weil Hebeltrading ist tatsächlich sehr stark reguliert in vielen Ländern, in manchen Ländern sogar für normale Investoren komplett verboten. Binance und FTX haben da also Einschränkungen und Gmx hat diese Einschränkungen als dezentralisierte Plattform tatsächlich nicht. Also das Hebeltrading ist in allen Ländern verfügbar und wird dadurch quasi für neue Investorengruppen durch Gmx geöffnet. Das ist so ein Grund. Ein anderer Grund, vielleicht nicht ganz so wichtig, ist, dass einige Leute auf den Arbitrum Airdrop spekuliert haben, der vielleicht auch noch kommt. Das weiß ja im Moment noch keiner, aber also Gmx läuft unter anderem auf Arbitrum, auch auf Avalanche und es wird immer wieder gemunkelt, dass Arbitrum so ähnlich wie Optimism einen Airdrop machen wird. Und um an den Airdrop heranzukommen, muss man natürlich auf diesen Plattformen in irgendeiner Form auch was gemacht haben. Deshalb also bietet es sich irgendwie an, auch bei Gmx mal vorbeizuschauen und hier einige Trades durchzuführen oder ein bisschen was zu staken. Manche andere Anleger sehen aber eine Riesenchance eher im Derivatenhandel auf der Blockchain. Der ist quasi so gut wie noch gar nicht existent, ganz im Gegensatz zu zentralen Anbietern wie Binance oder FTX. Und das wird jetzt ein ziemlich wilder Ritt. Also ich sage das jetzt besser vorweg, weil das ist jetzt keine exakte Mathematik oder ähnliches. Ich will einfach nur mal erklären, wie so die Fantasie dahinter funktioniert. Und zwar habe ich jetzt hier mal quasi auf CoinGecko aufgerufen, das Handelsvolumen auf Binance in 24 Stunden. Und zwar in dem normalen Krypto-Trading, wo man also quasi Bitcoin kauft und USDC bezahlt und so keine Derivate. Und dieses, das Handelsvolumen, liegt hier bei 8 Milliarden Dollar. 24 Stunden, 8 Milliarden Dollar. Jetzt gibt es hier noch einen Reiter Derivate und wenn man den sich aufruft, dann sieht man, wie jetzt hier also der Auktionshandel und ähnliche Derivate, wie hoch hier quasi das 24-Stunden-Volumen ist. Und das liegt bei 24 Milliarden. Also es ist dreimal größer. Der Derivatenmarkt ist dreimal größer als der normale Markt auf Binance. Das würde also bedeuten, wenn man das jetzt auf die Blockchain anwendet, dass wir hier von dreimal Uniswap sprechen. Uniswap hat zurzeit eine Marktkapitalisierung von 5 Milliarden Dollar. Und das ist jetzt mal ganz wichtig. Man kann natürlich das Volumen und die Marktkapitalisierung nicht direkt gleichsetzen. Aber es geht jetzt wirklich nur mal darum, zu erklären, wie die Fantasie funktioniert dahinter. Und wir haben also hier eine Marktkapitalisierung bei Uniswap von 5 Milliarden. Wir reden jetzt also von dreimal Uniswap, wenn es um Derivate geht. Und das heißt, wir sprechen von einer Marktkapitalisierung von 15 Milliarden Dollar, die GMX theoretisch erreichen könnte, wenn es dreimal größer würde als Uniswap. Und GMX hat zurzeit eine Marktkapitalisierung von schlappen 380 Millionen. Wir sprechen also bei 15 Milliarden von einem mal 40. Das würde also bedeuten, der Preis von GMX hätte eine Chance, sich zu vervierzigfachen, wenn es GMX gelingt, dreimal größer zu werden als Uniswap. Wir sprechen also hier von 1800 Dollar Preis, GMX als Preisziel, wenn das Ganze so funktioniert, wie ich es gerade erklärt habe. Wie gesagt, es ist das Reich der Fantasie, in dem wir hier sind. Aber es gibt so ungefähr mal ein Gefühl dafür, wo hier eigentlich das Potenzial in Wirklichkeit liegt. Jetzt ist es zusätzlich noch so, dass GMX es den Anlegern sehr, sehr schmackhaft macht, hier auch wirklich langfristig zu investieren. Der wichtigste Punkt ist hier sicherlich das Staking-Modell. Und beim Staking-Modell sprechen wir jetzt von Real Yield. Real Yield, das ist so ein typisches Bärenmarkt-Narrativ, das im Bullenmarkt eigentlich nie funktionieren würde. Und zwar ist die Idee in etwa, dass ein Projekt echte Rendite ausschüttet, ganz im Gegensatz zu aufgeblasenen Token-Rewards, wie man es häufig so kennt aus dem DeFi-Sektor. Also Token-Rewards, die nach und nach am Wert verlieren. Das möchte man nicht, sondern man möchte werthaltige, nachhaltige Reward-Modelle entwickeln. Und Real Yield heißt jetzt, die Staking-Rewards kommen direkt aus den Einnahmen des Projekts durch Gebühren und werden am besten in Stablecoins oder in anderen harten Assets wie Ether oder Bitcoin ausgezahlt. Und GMX erfüllt diese Kriterien. So, wie kommen wir jetzt an Real Yield ran? Natürlich durch das GMX-Staking. Und das erkläre ich jetzt mal ein bisschen im Detail. Die erste Staking-Variante ist eigentlich relativ einfach erklärt. Es gibt diesen Pool, diesen GLP. Aus diesem Pool leihen sich die Trader-Assets aus, um damit ihre Positionen aufzumachen. Und irgendjemand muss diese Assets ja zur Verfügung stellen. Das sind die GLP-Staker. Und ich kann jetzt, wenn ich da mitmachen möchte, Assets zur Verfügung stellen. Sagen wir mal, ich möchte einen Ether jetzt einzahlen in diesen GLP. Dann bekomme ich dafür in irgendeiner Form Rewards. Der GLP ist aber ein quasi ein Warenkorb aus verschiedenen Assets. Denn auf GMX gibt es ja viele verschiedene Assets, die Trader sich ausleihen können, auf die Trader setzen können. Und deshalb, wenn ich mich in diesen Pool einkaufe, dann bekomme ich den Gegenwert in Dollar meiner Einlage. Also wenn ich einen Ether einzahle, Ether steht jetzt bei 1300, dann bekomme ich quasi Anteile im Wert von 1300 Dollar an diesem Pool. und weil der Pool aus verschiedenen Assets besteht, ist quasi meine Chance als derjenige, der jetzt in diesem Pool einzeit, dass diese Assets im Wert steigen. Also wenn da Bitcoin, Ether und andere Assets drin sind, Bitcoin und Ether steigen, steigt natürlich der Wert meiner Pool Anteile. Gleichzeitig, wenn Bitcoin, Ether im Wert fallen und die anderen Assets, dann sinkt der Wert meiner Pool Anteile. Aber da ich ja jetzt im Bärenmarkt bin, habe ich eine gute Chance, hier auf irgendeinem Tiefpunkt in diesem Pool einzusteigen, zumindest langfristig gesehen. und dann davon also zu profitieren. Das ist die eine Chance. Die andere Chance beim GLP Staking besteht darin, dass alles, was die Trader verlieren, also wenn sie ihre Position machen und sie machen Verlust, Position wird liquidiert oder steigen im Minus aus oder so, alles das, was sie verlieren, geht in diesen Pool rein und ich kann, also das heißt, der Pool steigt im Wert mit den Verlusten der Trader. Ich profitiere davon, wenn die Trader einen schlechten Job machen und ihr Geld verlieren. Das ist also die zweite Chance in diesem Pool und das Risiko zu dieser zweiten Chance besteht natürlich darin, dass wenn die Trader sehr erfolgreich sind, dann würde dieser Pool theoretisch auch Minus machen können. Aber das ist sehr unwahrscheinlich, wie wir ja gehört haben, 90% aller Hebeltrader verlieren im ersten Jahr ihre gesamte Einlage. Also es ist so ein bisschen wie im Casino, die Bank gewinnt immer und wenn ihr in diesen GLP reingeht, dann seid ihr quasi die Bank. Das ist zumindest die Theorie, aber es gibt immerhin dieses eine Risiko und gleichzeitig, das sind also Risiken und Chancen in diesem Pool, aber gleichzeitig die Rewards, die ich bekomme, wenn ich in diesem Pool einzahle, die speisen sich aus 70% aller Trading-Fee-Einnahmen. Wir wissen ja noch, die Trader müssen ja quasi Zinsen zahlen für die Assets, die sie sich ausleihen und diese Zinsen summieren sich zum Teil auf 20% pro Jahr, was ja ziemlich hoch ist und diese Zinsen, die werden also zu 100% an die Staker ausgeschüttet, aber 70% davon gehen in diese GLP-Variante und die werden als Rewards ausgezahlt, die anderen 30% gehen in die andere Staking-Variante und ein Teil dieser Rewards kommt in Form von Ether. Also diese Ether, wenn ich claime, landen direkt in meinem Wallet und ich habe Ether und das heißt, ich kann meine Ether-Bestände hier durch das Staking tatsächlich sogar ein bisschen erhöhen und ein anderer Teil kommt in Form von GMX-Tokens und diese GMX-Tokens, die sind aber nicht direkt im Wallet, sondern die sind tatsächlich gewestet für ein Jahr und das Ganze ist natürlich auch wieder ein bisschen komplizierter, diese Tokens hier rauszuholen. Die zweite Staking-Variante besteht einfach darin, dass ich mir GMX-Tokens irgendwoher besorge und die dann hier in diesen Pool reintue, in den GMX-Pool und dafür bekomme ich Rewards in Form von Ether und GMX. Die Ether bekomme ich direkt in mein Wallet. Die GMX-Tokens sind für ein Jahr gewestet auf eine bestimmte Art und Weise und diese Rewards, die speisen sich quasi aus den Einnahmen, die GMX macht, denn 30% der gesamten Einnahmen von GMX gehen in diesen Pool in Form von Rewards. Der Pool ist deshalb besonders spannend, weil wenn ich eine Langzeitperspektive habe bei GMX, dann lohnt es sich, seine GMX-Tokens hier zu staken, denn diejenigen, die lange in dem Pool drin sind, werden deutlich bevorzugt gegenüber diejenigen, die nur kurz in dem Pool drin sind. Das funktioniert über Multiplier. Multiplier, das sind quasi so Punkte, die man ansammelt für das langfristige Staken und man bekommt im Grunde für ein Jahr Staking eines GMX-Tokens einen Multiplier, wobei der Multiplier schon vom ersten Tag an sich anhäuft, bis dann am Ende des Jahres ein ganzer Multiplier zusammen ist. Ein Multiplier bekommt dieselben Rewards wie ein ganzer GMX-Token, also wenn ich ein Jahr in dem Pool drin bin, da habe ich einen GMX-Token und einen Multiplier und beide bekommen dieselben Rewards, also das heißt, ich würde meine Rewards verdoppeln nach einem Jahr und diese Multiplier, die sammeln sich halt kontinuierlich an, also ich muss nicht extra ein Jahr warten, bis der greift, sondern ich kriege halt nach einem Monat zum Beispiel einen Zwölften Multiplier, nach zwei Monaten wären es dann schon zwei Zwölften Multiplier und so weiter, nur dass die nicht jeden Monat kommen, sondern das ist wirklich jede Minute, sodass also meine Staking-Rewards, die ich bekomme, über das Jahr langsam, aber sicher ansteigen und selbst nach einem Jahr ist noch nicht Schluss, denn ich kann auch zwei Multiplier bekommen, wenn ich im GMX zwei Jahre drin bin, dann hätte ich pro GMX, den ich habe, schon zwei Multiplier und hätte damit quasi meine Rewards verdreifacht. Und das macht es natürlich so spannend, so lange in dem Pool drin zu bleiben und das hilft dann dabei, GMX-Tokens auch aus dem Markt rauszunehmen, denn was hätte man davon, seine GMX-Tokens hier nicht langfristig zu staken, während man gleichzeitig eben dann einfach seine Tokens nur im Wallet hodelt. Jetzt muss man sich aber eine Sache wirklich richtig gut überlegen, bevor man hier in das Staking reingeht und das ist, dass die GMX-Tokens, die man als Rewards bekommt und das gilt übrigens jetzt für beide Pool-Varianten, ganz wichtig, also dass diese GMX-Rewards gewestet sind für ein Jahr. Sie werden also nicht auf einmal in das Wallet ausgeschüttet, wenn man auf den Claim-Knopf drückt, sondern die kommen erst über ein Jahr nach und nach in das Wallet und das auch nur, solange man in dem Staking drin bleibt. Wenn man aus dem Staking rausgeht, dann wird die Auszahlung so lange pausiert, bis man wieder reingeht ins Staking. Die Idee ist, man will hier die Leute quasi langfristig an dieses Projekt binden, man möchte verhindern, dass die GMX-Tokens schnell gedumpt werden, sobald sie als Rewards ausgeschüttet wurden, möchte den GMX-Kurs im Grunde dadurch stützen und da ist für mich so ein bisschen die Frage, kann es nicht sein, dass GMX dadurch in gewisser Weise unbeliebt wird als Staking-Modell, weil irgendwie vielleicht ein Mitbewerber um die Ecke kommt, der ein viel direkteres Staking-Modell anbietet. Das wird man dann eben sehen, wie gesagt, es ist einfach jetzt für jeden einzelnen eine Überlegung, man muss sich das gut überlegen, ob man sich wirklich langfristig an ein solches Projekt binden möchte. Ich glaube, dass das Potenzial dafür da ist, aber es ist einfach auch in gewisser Weise ein Nachteil. Aktuell ist GMX tatsächlich beschränkt auf einige wenige Kryptowährungen, aber was wäre jetzt eigentlich, wenn GMX auch Aktien oder Fiat-Währungen oder Rohstoffe unterstützen würde und genau das ist gerade aktuell in Arbeit bei GMX mit den sogenannten synthetischen Assets und synthetische Assets, das sind im Grunde jetzt in diesem Fall Tokens, die eine Feinunze Gold repräsentieren oder ein Barrel Rohöl oder einen Schweizer Franken oder ähnliches und diesem dann genau im Preis folgen, aber in Wirklichkeit wird gar kein Öl gehandelt und es wird auch kein Gold gehandelt, sondern es geht einfach nur darum, dass diese Tokens denselben Preis haben wie diese Assets. dann könnte man diese Assets quasi einführen in das Options-Trading, in das Hebel-Trading bei GMX und könnte auch auf Aktien setzen, man könnte auch auf Rohstoffe setzen bei GMX und das würde natürlich diesen Derivatemarkt nochmal ganz anders öffnen für GMX. Das Potenzial ist eigentlich noch viel größer, weil man könnte all diejenigen User abholen, die aus regulatorischen Gründen nicht an einem solchen Hebel-Trading teilnehmen können und da auch Produkte anbieten, die außerhalb der Kryptowelt liegen und das bietet GMX tatsächlich bald an. Das Ganze ist jetzt in dem Stadium, dass also die Smart Contracts fertig sind, die kann man auch schon nachlesen auf GitHub und zur Zeit ist in Arbeit die Benutzeroberfläche und es finden Audits statt, was die Smart Contracts angeht, werden also gerade geprüft. Lohnt sich eine Investition in GMX jetzt noch, obwohl der Kurs in den letzten Wochen schon so sehr gestiegen ist und meine Antwort darauf lautet, kurzfristig gesehen eher nein, weil wir haben jetzt schon zwei große Börsenlistings gesehen, das ist Binance und FTX. Es fehlt jetzt eigentlich von den großen drei Börsen noch Coinbase und ob das Coinbase-Listing jetzt in den Wochen, nächsten Wochen kommt, das weiß natürlich kein Mensch, außer vielleicht Coinbase selber, aber die verraten es uns nicht und deshalb, wir sind im Bärenmarkt, Kurse gehen eigentlich tendenziell eher runter. GMX hat so einen gewissen Newcomer-Effekt, der sich vielleicht in den nächsten Wochen aufbrauchen könnte. Das Coinbase-Listing würde hier wahrscheinlich nur mal einen kleinen Peak setzen, aber gut, den müsste man dann in irgendeiner Form abpassen, aber grundsätzlich, glaube ich, sind die Kurse eher rückläufig und davon wird GMX früher oder später auch mal wieder eingeholt werden. Also gleichzeitig finde ich auch, im Moment ist GMX auch wirklich noch überhaupt nicht da, wo es eigentlich hin soll. Das heißt, wir haben noch eine relativ geringe Userzahl, das heißt, die Rendite ist noch relativ gering, das sieht man auch im Staking. Die APY liegt so bei 15 bis 20 Prozent, egal in welchem Pool ich bin und die Hälfte davon ist quasi auch noch gewestet für ein Jahr. Da kommt man nur ran, wenn man langfristig in dem Pool bleibt. Also kurzfristig kann man eigentlich dann eher sich die GMX Rewards schenken, die braucht man gar nicht mitzurechnen, sodass wir also auf eine APY von 7 bis 10 Prozent kommen. Das ist eigentlich viel zu wenig. Da gibt es sicherlich ganz andere Varianten, die man staken kann. Aber langfristig gesehen, langfristig gesehen halte ich GMX für eine sehr, sehr gute Investition, denn das Potenzial von GMX ist noch nicht ansatzweise ausgeschöpft. Wir haben hier, wir sprechen hier einfach nur von einigen wenigen ziemlich unspektakulären Produkten. Also man kann jetzt Hebel Trading machen mit einigen wenigen Kryptoassets, aber durch die synthetischen Assets, die ja bis Ende des Jahres eingeführt werden sollen, öffnet sich GMX natürlich für ganz neue Produktgruppen, Produktklassen, wie zum Beispiel Aktien, Rohstoffe oder Forex Handel und gleichzeitig hat man einen mega, mega Wettbewerbsvorteil gegenüber den zentralen Plattformen, weil man einfach völlig unabhängig ist von den Regulierungen, denn Binance, FTX und die großen zentralen Plattformen, die also Firmen hinter den Firmen stehen, die müssen sich auf jeden Fall an Regulierungsvorgaben halten und sind deshalb nicht in allen Regionen der Welt gleichermaßen verfügbar, wie es jetzt GMX sein kann. Das ist ein Wettbewerbsvorteil, den kann eine Firma eigentlich gar nicht ausgleichen, es ist einfach unmöglich, weil eine Firma immer in irgendeinem rechtlichen Rahmen operieren wird und dieser rechtliche Rahmen wird eben durch die Regulierungsbehörden bestimmt und die Regulierungsbehörden beschränken teilweise diesen, den Zugang zu diesen Produkten ganz erheblich und GMX hat diesen Nachteil einfach nicht. Aus diesen Gründen habe ich GMX jetzt auch in mein eigenes DeFi-Portfolio aufgenommen und zwar mit einer langfristigen Perspektive mir ist es eigentlich egal, was in den nächsten Wochen mit dem GMX-Kurs passieren wird. Irgendwie ist es ja auch ein bisschen klar, wir sind im Bärenmarkt, was wird schon passieren. Jedenfalls werde ich meine GMX-Tokens auch staken, nicht im GLP-Pool, sondern im GMX-Pool. Warum nicht der GLP-Pool? Weil ich finde, dass die Rendite von GMX einfach noch nicht groß genug ist. Das liegt einfach daran, die Plattform ist noch zu klein, zu unbekannt. Es sind noch nicht alle Features da, die man bräuchte. Deshalb warte ich hier an der Stelle noch ein bisschen. Stattdessen packe ich meine GMX-Tokens in den GMX-Pool. Ich finde es gut, dass langfristiges Staking hier exorbitant belohnt wird und deshalb mache ich das jetzt auch. Und ich hoffe, ich konnte jetzt mit diesem Video hier euch ein paar Infos liefern, die euch helfen bei der Entscheidung, ob ihr selber in GMX investieren möchtet. Wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr einfach Meinungen habt zu GMX, wenn ihr mal einfach irgendwas loswerden wollt, schreibt es mal in die Kommentare rein. Ich würde mich freuen, und ansonsten bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.